Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir den Simon. In der letzten Folge haben wir ein Rank gespielt, wofür wir keine XP bekommen haben. Auf der Map? Verdammt. Lijang Tower. Irgendwie so. Lijang Tower heißt die glaube ich. Und ja, wir nehmen jetzt noch, wie gesagt, immer noch weiter Overwatch auf. Das ist der Plan. Und nächste Woche kommt dann vielleicht ein neues Projekt. Mal gucken, wie Overwatch immer noch ankommt. Vielleicht kommt auch immer Overwatch als Zweitprojekt. Kann sein für die nächste Zeit. Overwatch macht mir Spaß. Und in vier Tagen ist Ranked wieder da. Das heißt, wenn wir nächste Woche wieder aufnehmen, dann können wir sogar XP dafür bekommen. Trotz, auch wenn wir keine XP bekommen haben, ist immer noch der Plan weiter Ranked zu spielen. Und ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Ich sage, wir sehen uns mal, wenn ich gleich ingame bin. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Temple des Anubis spielen wir. Und ich habe mir mal gedacht, ich spiele mal Rockdog. Rockdog. Warum nicht, ne? Kann man hier? Oh, guck mal, wir haben direkt einen anderen Zenyatta. Jetzt gerade, wo das Rank-System sowieso noch nicht aktiv ist und quasi man hier für 0 XP und für 0 und für gar nichts nur aus Freude spielt, kann ich auch mal ein bisschen was anderes spielen und mal ein bisschen ausprobieren, wie sich Roadhog so im Ranked verhält. Ich sehe den oft im Ranked als Gegner und ich habe Roadhog auch ganz am Anfang eigentlich nur gespielt. Also sollte ich gar nicht so bad mit denen sein, aber wir gucken mal. Wir schauen mal, ob wir da irgendwas rausholen können. Die Map ist übrigens mega nice. Temple des Anubis ist richtig geil. So, Roadhog. Ihr seht, ich habe hier sogar den Halloween-Skin für den. Habe ich glücklicherweise bekommen, wobei ich das Gefühl habe, dass während der Halloween-Zeit jeder einfach Legendary-Skins bekommen hat für... Ich glaube, die Chance war ein bisschen höher, logischerweise. Machen wir einen Zenyatta raus. Hoi. Das ist cool. Hat der den richtigen Skin? Ne, der hat so einen Eisen irgendwie. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder direkt Bock auf Zenyatta. Aber Roadhog ist auch cool, vor allem wegen der Kombo mit dem Nahkampf. Ich muss euch auch mal was anderes gönnen. Ich habe jetzt drei Folgen langes Nussernyatta gespielt. Kann man sich auch nicht nur geben, ne? Gut, der hält mich hier von oben, also bin ich hier unten. Haben wir ein Geschütz? Ne, wir haben eine Symmetra, aber die ist glaube ich noch nicht neu, oder? Die sind voll am Tryhard, ne? Wir haben voll coole Champs. Außer ein Tank. Außer ich bin halt ein Tank quasi. Oh, der ist ein bisschen weit vorne. Ich weiß nicht, ob der da bleiben will. Wir schauen mal. Ah, der will ja einmal hinballern. Und dann kommt er wieder wahrscheinlich, ne? Okay, die haben auch eine Symmetra. Oh, die sind ja schon rechts super durchgekommen. Das ist nicht so geil. So, den haben wir schon mal down. Na, komm her. So, den haben wir. Ich weiß nicht, warum ich Nahkampf gemacht habe. Sind die hinten bei uns schon? Da haben die Leute getötet, oder? Schlafschützen kann ich auch. Punkt um Kämpf. Scheiße. Oh, ich bin voll. Hupsala. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich kein Leben mehr habe. Na gut. Wurde weggesnipert. Der erste Punkt. Ah, man muss so weit laufen, ne? Dafür ist die Symmetra eigentlich gut. Aber. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Obwohl, es sind noch ein paar. Aber bei, ne. Die sind zu weit weg, oder? Der erste Punkt ist irgendwie manchmal echt kacke. Äh, der ist weg. Äh, der ist weg. Schade. Fliegt da gerade schon einer hin? Oh, ich wurde gehackt. Ups. Wie lange ist das hacken? Oh, ich habe meine Fähigkeit wohl sogar noch genutzt. Oh, der hat die getötet. Wie krass. Das war nicht gut. Ah, jetzt wo ich so lange sie mitdreig gespielt habe, habe ich wahrscheinlich auch weniger Erfahrung mit Roadhog. Müssen wir mal schauen. Oh, der muss sterben. Okay, er ist gestorben. Da. Die haben ja solche Wurzler, oder? Hat sich das so angefühlt. Teleporter online. Das wird uns für den PS schneiden. Oh Mann, da habe ich viel Leben, ey. Oh, wir halten hier eigentlich relativ gute Stellung, ne? Oh, was war das denn? Das ist nicht so nice. Oh, oh, das war ein bisschen zu überfrühst. Oh, ich habe die Ulti bekommen. Alter, wie viele sind da denn von den Dingern? Ich glaube, ich sollte die mal wegmachen, wa? Das habe ich voll erwischt. Alter Schwede, ich kriege echt alles von meinen Leuten. Aber gut, ey. Wenn ich mal die Dinger wegmachen würde. So, holen wir uns das Halding. Scheiße, das war ein bisschen... Unüberlegt. Wir sind echt an der vordersten Front, ey. Scheiße. So. Mann, Hucken ist echt gerade echt richtig scheiße für mich. Treffe ich gerade gar keinen. Okay, die sind bei uns am Punkt. Wir sind zurück, zurück. Wissen wir? Oh. Aua. Scheiße. Äh, wir wurden gehackt und alles. Ach. Aber nervig. Wir machen ja echt gerade gar nichts. Ich muss besser werden. Tele, okay. Oh, der hat fast den Ulti angemacht. Der wird einmal gut getötet. Wo sind da welche? Habe ich die nicht getroffen? Meine Güte. Nein. Warum muss ich nachladen? Scheiße, wo ist der Genji? Jetzt muss ich auf jeden Fall zurück zum Punkt. Ist da noch einer? Ja, da ist der Genji wieder. Was? Der hat mich doch gerade noch gejagt. Hat der meinen Hook abgeblögt? Alter, Genji zu treffen, ne? Ich raste aus, ey. Meine Güte. Okay, der war schon voll tot. Da wurden wir gesnipert. Schauen wir mal, ob hier einer kommt. Ja? Dann ist Genji wieder. Vielleicht können wir den ein bisschen... Das war zu früh. So. Boah, ich treffe echt gar nichts gerade. Das ist der Wahnsinn. Okay, der Taubian ist, glaube ich, relativ gut, ey. Oh, oh. Hm. Nicht so begeistert im Moment von meiner Leistung. Warum reicht das nicht? Oh, Mann. Alter, ich werde so krass gehalten. Das ist echt krass. Oh, Gott. Das mache ich... Ich mache auf jeden Fall gerade Damage. Ich muss nachladen. Scheiße. Alter Schwede, ey. Darauf habe ich auf jeden Fall Damage bekommen. Also Damage gemacht. Okay, der hat mich halt mit dem Nachkampf getötet. Müssen wir uns nicht angucken. Wir sind auf jeden Fall noch am Verteidigen. Zwei Minuten haben wir noch. Und dann sind wir ja sowieso selber nochmal dran. Oh, Mann. Echt mit den Hooken, ey. Furchtbar im Moment. So, Punkt zum Kämpf. Immerhin habe ich die. Nein. Hat die echt überlebt. Okay, so. Punkt ist immer noch umkämpft. Okay. Wen denn? Ich habe das Gefühl, dass alle da unten waren irgendwie. Ey, ich werde so gut geheilt, ey. Das ist krass. Im Rank habe ich noch nie Tank gespielt. Das ist ja echt heftig, wie gut die Leute healen. Ob das in jedem Ranked ist. Aber meine Hook-Treffer-Rate ist furchtbar. Wahrscheinlich im Negativen schon. Ach, scheiße. Ich hätte wahrscheinlich die Bilo bekommen. Hinter uns. 60 Kunden noch. Das ist einfach ein bisschen durchhalten. So, den haben wir doch. Respekt. Okay. Nicht mehr lange. Die Ulti. Ist ein bisschen useless, aber gut. Wo sind... Ich habe 601 Leben. Ist das wegen der Symmeter? Okay, das war nicht so gut. Wir drücken die jetzt einfach nur weg. Leistung verstärkt. Treib ab. Wuhu. Okay. Immerhin. Haben wir ein bisschen was gemacht. Wo sind die anderen? Da ist der Soldier. Leit auch seine Ulti an. Und ist gestorben. Aber die kommen nicht mehr zum Punkt, oder? Alter, waren wir schlecht. Oh. Oh Gott. Ja, wir haben heilende Ruhe, aber keiner... Kann das wirklich benutzen. Oh, war ja. Okay, haben wir geschafft. Alter, zwei Bronze. Oh Gott, wie schlecht ich war. Oh Gott. Das war lang. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen durchhalten. Das hat eigentlich schon fast zwölf Minuten oder so gedauert. Und immer wieder Roadhog. Ich verspreche, ich werde besser mit Roadhog. Ist echt cool, auch wenn... Wenn das gerade komplett nicht zählt, das rankt, das trotzdem Leute rankt spielen. Das finde ich ziemlich cool. Weil eigentlich bringt das eigentlich echt gar nichts. Außer halt, dass man sich quasi so vereinbart, okay, wir tryharden hier in dem Format. Auch wenn es uns absolut nichts bringt. Ansonsten würde man ja ganz normal Normal spielen. Da kriegt man EP immerhin noch. Ist ja cool, wenn man da wenigstens irgendwie eine kleine Belohnung bekommen würde. Also irgendwas. Ich verstehe, warum kann man keine EP bekommen? Das ist eigentlich verwirrend. Oder habe ich EP in letzteren Runden bekommen? Das ist einfach nicht bemerkt. Ich glaube nicht. Yeah, Roadhog in Pixeln. Ich weiß es nicht. Ah, da reden die wieder drüber. Mondata oder sowas. Ah, ich habe noch keinen Spruch für Roadhog. Ich habe den Standard-Spruch, glaube ich, drin. Schauen, ob wir jetzt am Angriff besser spielen können. Ganz schön hoch, die ganzen Leute, wa? Obwohl einer ist Level 26. Ich bin nicht der Niedrigste auf jeden Fall, immerhin. So, jetzt geht es langsam mal los, oder? Wir haben nur vier Tode, holy shit. Wir sind halt Roadhog und wurden krass gehealt. Da ist es nicht so schlimm, dass wir Kacke gespielt haben. Wie viel Haken treffer? Quote 23, oh Gott. Los geht's. Wir haben eine Tracer, also können wir relativ krass vorrennen. Oh nein, können wir nicht. Also, Tracer ist tot. Wow, da oben war niemand. Auf dem Schiff, oder? Oh Gott. Das war verwirrend. Ich hatte das Gefühl, da oben gerade jemand es gesehen zu haben. Muss ich mir nochmal angucken in der Aufnahme. Oh Gott, von wo? Da war ein Geschütz. Das war ja verrückt platziert. Ist die durch? Die Tracer? Nein. Ist tot. So, den haben wir. Okay. Müssen eigentlich mal durchpushen. Oh weia, da sind die Dinger. Ach, wie nervig. Vor allen Dingen, die ist jetzt auch noch reingelaufen. Hat sie überlebt, die Diva? Das war ärgerlich. Aber wie es scheint, ist die noch nicht gepatcht, die, äh, oder geremaked auf den, hier, auf den Servern, die, äh, Symmetra. Immerhin. Was heißt immerhin? Eigentlich schade, ich hätte gern gesehen, was sie kann. Wir müssen weitergehen. Ach. Da oben ist ein. Wir haben den richtig krass viel Damage gemacht, den scheiß Zwerg. Und der hat seine Ulti raus, super gut. So, jetzt sind wir hier. Ah, tot. Da ist ne, da ist ne, oh wow. Warum, warum hab ich die Ulti bekommen? Warum hab ich die Ulti bekommen? Okay, da ist keiner. Okay, wir haben. Oh oh. Okay, er ist tot. Nice, das lief doch. Da hab ich seltsamerweise die Ulti bekommen, was voll nichts gebracht hat. Das war ein bisschen seltsam. Die hätte mir vielleicht die später geben sollen. Oh. Da ist grad, ist er tot? Na gut. Na gut. So. Da oben war jemand. Ups, das war doof. Ah, ich hätte die bekommen können, wenn ich das besser gemacht hätte. Aber da ist nicht so geil. Der muss... Der muss... Und wo? Scheiße. Das war der Hanso, oder? Oh ja, der war von oben, ne? Da bin ich noch gewundert. Go now. Schreibt einer in Chat. Ach ja. So weit läuft's. Aber wir haben noch 4,5 Minuten. Wobei es auf dem Punkt echt manchmal sehr schwer ist. Wir haben den ja gerade auch so lange noch verteidigt. Da muss man echt schauen, nachdem man draufkommt. Scheiße. Das wär gut gewesen, auch wenn ich ihn bekommen hätte. Das wär gar nicht mal so schlimm. So, tötet ihn. Nice. Scheiße. Wir müssen mal von hier kommen. Sind die Leute? Kommt zu mir. Von hier kann man besser einnehmen. Erstmal die Leute ablenken. Weil jetzt sind die auch alle, das ist gut. Oh, wie ich über ihn drüber gezogen. Nein. Scheiße. Ich hab fast überlebt. Aber ich hab voll komisch über ihn drüber gezogen. Habt ihr's gesehen? Oh, die da oben hat mich einfach abgeknallt. Ich glaub, wir haben nichts eingenommen. Okay, jetzt haben wir einen Genji. Immer noch so schlecht verursachten Schaden. Heilung hab ich, glaub ich, normalerweise hat man auch Heilung mit dem hier. Mit Roadhog relativ hoch. Aber unsere Healer sind gerade ziemlich gut. Deshalb muss ich mich gar nicht so aufteilen. Aua. Ja, sollten wir. Wir sollten zusammen vorgehen. Ups. Ach. Fast tot. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh Mann. Das war knapp. Wo war denn der? Aua. Ich bin gerade ein bisschen blind. Und nicht bei meinem Team, was noch für schlimmer ist. Wow, da oben. Ach Mann ey. Ich bin so scheiße. Ja, wo ist jetzt mein Team in den Alltot? Ich war trotzdem auch nicht bei meinem Team. Ich warte einfach auf die. Kriegt das nicht hin? Wollen wir einfach rein? Das war scheiße. Das war scheiße. Mann bin ich kacke. Das ist ja der Shit ey. Ach. Ich bin furchtbar gerade. Wir haben noch zwei Minuten. Okay, jetzt muss ich mich mal fucking zusammenreißen ey. Ich habe gerade gerade in meinem Leben nichts gemacht. Nichts erreicht. Ja, Schöpfe. Lasst euch nicht abknallen. Okay, einfach bei meinem Team bleiben. Der Punkt ist echt scheiße einzunehmen. Töten ihn. Ja. Wir gehen jetzt links. Wir scheißen. Auf, dass wir das Ding haben. Und versuchen die abzusnacken. Okay, der ist schon drauf. Scheiße. Ich kann nicht mal den Senata 101. Obwohl, da war noch jemand anders. Weil der mir vorher wenig Damage gemacht hat, oder? Naja, ging. Boah, ich verziehe immer so irgendwie. Furchtbar. Ich kann mit Senata besser zielen als mit Chess Roadhog. Ich darf auch niemanden mit meinen Chess Hooks ey. Das ist das Schlimmste an der Sache. OMG. Was ist das denn? Okay, ist tot. Wir haben noch einen Push. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Nachladen. Oh, das war sein Iris. Alle meine Leute tot? Nee, noch nicht. Ey, die da oben krieg ich nie, ne? Versuch's gar nicht mehr. Oh lol. Wo hat der das denn gemacht? Von wo? Scheiße. Alter, sind die am Flamen. Mein Team. Oh, krass ey. War trotzdem spannend. Ich war scheiße auf jeden Fall. Es gibt noch eine Runde dann, oder? Gibt's noch eine? Ist alles einfach unentschieden. Oh ja, okay. Einfach unentschieden. Ist okay. Oh, wir werden... Warum werden wir dir angezeigt? Und warum werde ich als Feind angezeigt? Wie die schreiben. Das zählt für gar nichts, was wir machen, also hm. Ja, der war gut. Das hab ich mal gemerkt. Und ich war ganz schön scheiße. Mit scheiß Roadhog. Trotzdem nehmen wir die Runde. Unentschieden ist immer spannend. So, Healer liken. Das ganze Game war... Mäh, obwohl ich eher Mäh war. Alter, war ich scheiße, ey. Ich hab lange nicht mehr Roadhog gespielt. Silber in Zielforsche Zeit. Ha. 23 Minierung, 10 Tode. Eliminierung sind ja keine Kills, sondern nur Beihilfe zum Kill quasi. Das sind ja Assists hier. Und nix am PR. Man kriegt nix. Ja gut, ich würd sagen, das Highlight müssen wir uns gar nicht angucken, weil ich scheiße war. Und, ähm. Wir gucken mal, ob wir in der nächsten Runde wieder Roadhog spielen oder Genji mal schauen. Genji? Nein, Genji niemals. Genji ist gerade im Hintergrund. Senyata, wenn dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.